Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele heute mal wieder Master Builders auf dem MyPack Server und ich muss ein... eine Farm bauen. Oh Gott. Hoffentlich, äh... Hoffentlich mache ich jetzt das Richtige dann. Ähm... Yeah. Oh. Kann man das nicht machen. Ähm... Dann mache ich hier Grasboden hin, dann mache ich hier halt Erde hin. Ähm... Naja. So. Ich hatte jetzt schon ein paar Aufnahmeversuche hier gebraucht, weil irgendwie immer meine Bauten, was ich halt hier gebaut habe, immer richtig schlecht aussah. Deswegen habe ich die dann nicht genommen, weil das wird dann eigentlich immer Fehler. Und ich will euch nicht zeigen, wie schlecht ich bauen kann. Und hoffentlich mache ich jetzt wirklich das Richtige, weil sonst, wenn ich jetzt nicht das Richtige baue, wäre das jetzt ein bisschen peinlich. Ähm... Aber egal. Aber egal. Hoffentlich. Äh... Ja gut, man kann hier diese Hacken machen. Bei einem habe ich es sogar verloren, obwohl ich es selber gar nicht so schlecht fand. Aber... Die anderen fanden das halt schlecht, deswegen... Äh... Habe ich das halt auch nicht mit reingenommen. So, da kommt noch ein Sound rum. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö wachsen lassen damit das halt auch nicht so schlecht aussieht aber ich mache das halt mit dem bonn hier bisschen später weil ich jetzt hier neben ein holzhaus mache das gehört doch zu einer farm oder keine ahnung ist es zu hoch dann mache ich hier noch holzen also halt stämme dahin dann kommt das glas rein hoffentlich baue ich jetzt hier was richtiges zusammen weil das wäre wieder ein bisschen komisch wenn ich etwas baue was halt falsch ist so gut das sieht schon mal nicht so schlecht aus so da wo ich immer was freigelassen habe da kommt halt die stämme rein so was auch schon der erste verlassen so hier kommt jetzt noch überall glas hin so dann muss ich noch nicht ein süd sondern eine tür so ich weiß nicht was ich sagen soll ich muss mich halt hier aufs bauen konzentrieren deswegen sage ich halt auch nicht so viel so gut weiter geht's dann mache ich noch ein dann tue ich hier noch kieschen aber ist das geht ja nicht immer das ist voll nervig dass man darunter nichts abbauen kann ich mache da noch am besten sowas hin und dann als knochenmehl so am besten nicht alles dass ich halt dass ich halt nicht alles voll gewachsen hat weil das wäre auch sonst bisschen langweilig so dann noch eine truhe also hier in dem haus wäre eigentlich auch noch ganz gut bestimmt muss müsste man was ganz anderes gebaut haben aber egal wenn das halt auch schlecht ist dann habe ich keine ahnung so jetzt einfach mal hier so hin das soll dann irgendwie heißen dass das halt irgendwie wächst halt alles auch das tiere konnte ich auch noch machen okay ich glaube jetzt wird wieder fehler naja egal ich lass dann die runde einfach drin ach gut ist der ich habe doch was richtiges gebaut ne ich glaube davon okay das sieht irgendwie so als ob hier diese felder wie von einem dorf ich glaube das sollte das auch darstellen ach man wieso habe ich keine tiere gemacht das war blöd von mir gewesen ich glaube meins wird wirklich fehler weil ich halt nicht so eine scheune halt gebaut habe oder so keiner wie man sowas nennt halt ich dachte gerade wie ist der da reingekommen ich glaube ich glaube hier von mehr weil ich das irgendwie nicht so toll super schön finde wie viel von dem hier ähm okay was ist das hier ist nur lagerung und sonst nichts ich gebe trotzdem mehr der hat sich wenigstens bisschen mühe gegeben nicht so wie ich ich habe einfach irgendwas gemacht fungamer 95 oh Gott das ist meins das sieht so hässlich aus ich habe vergessen die tür aufzumachen fehler fehler schade ich wieso habe ich die tür nicht geöffnet ja kein fehler ähm okay ah der hatte ungefähr die gleiche idee wie ich deswegen gibt das ein okay äh das war auch schon ein bisschen blöd von mir dass ich äh äh fenster hingesetzt habe wohl dahinter dann truen waren schon wieder mal sehr schlau von mir und oh das ist das hier war schon der letzte oh ich bin dritter gewesen was ja das ist das ich wusste dass das hier gewinnt ich dachte meins wird richtig schlecht aber ich glaube das eine was der andere da gebaut hat also da wo halt nur in der mitte halt die lagerung war und da außen rum ähm zäune ich glaube das hatte verloren und joa äh das war's eigentlich mit der aufnahme oder wie lang geht die schon ja das reicht eigentlich so ähm joa ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja könnt ihr doch ein dämpchen nach oben da lassen das wird mich wie immer sehr freuen ähm ihr könnt auch ein dämpchen nach unten da lassen wenn euch das video nicht gefallen hat ihr könnt auch dann in die kommentare schreiben warum euch das video nicht gefallen hat ähm ja ich wünsche euch noch einen schönen tag und tschüssi